Ja, dann sage ich herzlich willkommen nochmal an alle Freunde des Aktien-Butlers. Ich begrüße alle Teilnehmer und natürlich auch den Christian, der heute wieder durch den Abend führen wird. Wir haben ja eine hochvolatile Phase, gerade seit dem Zinsentscheid in der letzten Woche. Das hat einiges an den Aktienmärkten durcheinander gewirbelt. Das heißt, hier merkt man dann doch, wenn man sowas kommt, was wir in den Sommermonaten auch häufig sehen, dass es dann zu stärkeren Bewegungen kommt. Dann macht sich das natürlich an allen Ecken und Enden merkbar, sowohl auf der positiven als auch auf der negativen Seite. Weil volatile Marktphasen sind natürlich genau das, was zwar der Daytrader gerne haben möchte, aber wenn man mittelfristig engagiert ist, dann ist es natürlich möglichst lieb, wenn wir in ruhigerem Fahrwasser sind. Bevor wir starten und der Christian gleich einiges erzählt, hier noch kurz der Risikohinweis, den kennt ihr ja von allen meinen Wochenausblicken oder sonstigen Veranstaltungen. Lasse ich auch noch einen kurzen Moment hier eingeblendet und begrüße dann erst einmal recht herzlich den Christian. Ja, hallo Mario. Vielen Dank für die Einleitung. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Webinar. Es geht um die Tretbesprechung der Trades, die wir gemacht haben im Juli. Und wie Mario schon sagte, schauen wir uns an, wie der Juli auch für uns gelaufen ist. Gut, dann würde ich sagen, übergebe ich auch das Monitorbild sofort an dich, dass wir hier gar nicht erst viel Zeit verstreichen lassen, sodass wir mal einen Einblick bekommen, wie ist der Juli gelaufen. Und natürlich gehen wir dann auch noch auf Fragen von euch ein. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, dann einfach kurz in den Chat und wir werden immer wieder in den kurzen Pausen dann eure Fragen beantworten. Du musst nur noch das kurz bestätigen, Christian, dass wir da ein Monitorbild sehen. Jawohl, da ist es. Und dann kann es auch losgehen. Also, ihr seht die PowerPoint. Okay, gut. Das sehe ich jetzt auch. Gut. Nochmal herzlich willkommen zur Trade-Besprechung Juli. Ich möchte die Agenda geringfügig ändern gegenüber dem letzten Mal. Wir schauen uns mal an, wie die Statistik des Adoption-Butlers bis Ende Juni 2019 gelaufen ist. Aus meiner Sicht kann man nach einem halben Jahr auch durchaus mal ein Resümee ziehen. Gehen dann weiter, wie beim letzten Mal, schauen uns die Ausgangssituation für Juli 2019 an. Gehen danach auf die Übersicht. Also, welche Trades haben wir gemacht, wie war das Ergebnis und dann nochmal etwas spezieller auf die einzelnen Trades. Wie sah die Auswertung im Aktien-Butler aus, wie sind wir in die Aktie reingekommen, wie haben wir sie verwaltet und wie sind wir letztendlich aus der Aktie auch wieder rausgekommen. Und natürlich mache ich alle paar Aktien auch mal im Break, sodass wir eure Fragen beantworten können. So, die Statistik des Aktien-Butlers 2019 sieht super aus. Also, Januar war schon mega, im Mai haben wir das höchste Ergebnis erzielt, was wir je erreicht haben. Insofern können wir sagen, bis zur Hälfte 2019 liegen wir mit 26% ja schon fast im Schnitt von dem, was wir die letzten Jahre geschafft haben. Natürlich kommt jetzt das Ergebnis vom Juli noch dazu. Da seid ihr sicherlich alle sehr gespannt. Und Ziel sollte natürlich sein, in 2019 einfach von der Volatilität, die Mario angesprochen hat, durchaus zu profitieren. Ja, das Ganze nochmal auch als Graphen für denjenigen, der einfach große Zahlen gerne mag. Insgesamt sind die einzelnen Werte pro Monat für mich interessanter als diese aufgerechnete Grafik. Ausgangssituation im Juni. Ich hatte seinerzeit vor dem Sommer einen Blog geschrieben, der auf die Saisonalität im Sommer abzielte. Und da könnt ihr auch nachschauen. Der Blog ist im Portal des Aktien-Butlers hinterlegt. Dort war es so, dass wir im Juni eigentlich fallende Kurse sehen sollten. Im Juli dagegen steigende Kurse und im August wieder fallende Kurse. Der Juni ist jetzt nicht so gelaufen. Wir haben dort steigende Kurse gehabt und der Juli sollte eigentlich steigende Kurse bringen. Soweit zur Saisonalität. Das ist übrigens der Blogbeitrag, falls ihr euch den nochmal anschauen wollt vom 2. Juni am Beispiel des DAX. Für die Charts, die Ausgangssituation im FDAX ist letztendlich folgende. Der Juni beginnt letztendlich hier an dieser starken Reversal-Kerze. Und von da an kann man schon sagen, dass der DAX einen neuen Aufwärtstrend gestartet hat. Genau das gleiche Bild finden wir auch im S&P. letztendlich wieder, sodass unsere Voraussetzung oder die Ausgangssituation für den Juli saisonal Long-Setup eigentlich bringen sollte. Und auch von der Chartseite die Long-Trades besser funktionieren sollten als die Short-Trades. Termine im Juli gab es auch, nämlich eine Fettsitzung am 31.07. Die ist für uns aber nicht ganz so interessant, weil sie halt wie gesagt am Ende des Anlagezeitraumes liegt und wir dort gar keine Trades mehr hatten. Gut, dann steige ich direkt ein und zwar mit den, achso eine Frage habe ich vorher noch. Und zwar hatte ich sowohl einen Blog-Beitrag geschrieben, in dem man sich für das Webinar, also für dieses anmelden konnte und nochmal eine E-Mail geschickt. Könnt ihr bitte in den Chat reinschreiben, ob ihr euch über Blog oder über Mail letztendlich für dieses Webinar angemeldet habt. Dann weiß ich, was ich für das nächste Mal dann priorisieren soll. Okay, so wie es aussieht, alle per E-Mail. Gut, dann werde ich auch nächstes Mal eine E-Mail schicken, dann aber sicherlich etwas früher, als ich das jetzt getan habe. Okay, schauen wir uns die Performance des Aktienbutlers im Juli an. Wir haben, das sage ich auch immer gerne dazu, natürlich vor Start des Julis die Auswertung des Aktienbutlers angeschaut und wieder genauso viele Long- wie Short-Trades versucht zu finden. Da der Juli saisonal Long-lastig ist, war es auch einfacher Long-Trades zu finden als Short-Trades. Und letztendlich sind wir auch mehr Long-Trades eingegangen, weil wir für unsere Trades ja immer ein Setup benötigen. Und dieses Setup nach einem langen Juni, der wirklich gut gelaufen ist, eher die Long-Seite befürwortet als die Short-Seite. Nichtsdestotrotz haben wir auch ein paar Short-Trades gefunden und ich möchte jetzt auf die einzelnen Werte der Reihe nach eingehen. Fangen wir mit SRT3 an, Sartorius Long, Performance im Durchschnitt 6,91 unter Berücksichtigung von Stop Loss und Take Profit, also maximaler Drawdown und maximaler Profit, der vom System vorgegeben ist, Anlagezeitraum 3.7. bis 29.7., Trefferquote 80%, Standardabweichung liegt für uns auch noch im guten Bereich. Und wenn wir uns die Historie anschauen, finden wir natürlich zwei Verlustjahre, sonst wäre die Trefferquote ja nicht bei 80%, aber auch in den letzten Jahren 2018, 2015, also eigentlich von 2014 bis 2018, die Performance durchaus bestätigt, was für uns erstmal ein gutes Zeichen ist. Wir haben zudem ein Stop Loss bei 8%, vielleicht für die, die das letzte Mal nicht mitbekommen haben, wenn man sich die Historie anschaut und dann einfach mal einen Schnitt bei 8% macht, dann hätte man im Jahr 2009 hier diesen Drawdown von 13,81% nicht mitgemacht, sondern wäre bei 8% ausgestoppt worden. Das ist sogar noch besser als die Performance in dem Jahr zum Ende des Anlagezeitraumes. Deswegen bieten sich hier an dieser Stelle die 8% Stop Loss an. Dann schauen wir uns einmal an, wie dieser Trade letztendlich im Chart auch gelaufen ist. Dazu wechsle ich einmal hier hin. So, wie wir sehen können, sind wir am 3. Juli war der Einstieg nach Anlagezeitraum. Wir sind über dem Hoch vom 2. Juli letztendlich eingestiegen. Am 3. Juli von dort aus hat sich natürlich, Aktien entwickeln sich eigentlich immer in so Wellenform. Sartorius relativ gut entwickelt, sodass wir letztendlich bei 3,88% ausgestoppt wurden. Wir haben am 29. unseren Stop unter das Tief gesetzt und sind dann an dieser Marke ausgestoppt worden. Man hätte natürlich auch zum Anlagezeitraum hier wirklich zum Schluss rausgehen können. Dann wäre man etwas besser sogar noch gestanden. Aber das ist mal so, mal so. Insofern sind wir hier mit diesem Trade eigentlich ganz zufrieden. Gut, gehen wir zur nächsten. Bechtle ebenfalls ein Long. Dazu kurz die Auswertung. Bechtle ebenfalls 10 Jahre an Historie, durchschnittliche Performance 7,47. Maximaler Drawdown liegt bei 10. Das ist für den einen oder anderen schon viel zu hoch. Ich finde, das ist auch gerade noch im Rahmen, gerade auch bei dem Anlagezeitraum von fast einem Monat, ist das durchaus noch zu verschmerzen. Wobei ich dazu sagen muss, dass wir diesen Drawdown letztendlich nicht für unseren Stop-Loss herangezogen haben. Warum, sage ich gleich. Die Standardabweichung liegt ebenfalls im mittelhohen Bereich, der für uns auch noch vollkommen in Ordnung ist. Wenn wir uns die Historie anschauen, so stellen wir auch hier fest, dass in den letzten fünf Jahren die Performance durchaus bestätigt werden kann. Wir haben zwei Verlustjahre, in denen wir einmal einen Drawdown von fast 10% haben und das andere Jahr einen Drawdown von 8% und ansonsten lediglich 2-3% als Drawdown verkraften mussten. Deswegen haben wir uns hier bei Bechtle dafür entschieden, den Stop irgendwo in der Mitte anzusiedeln. Also 2-3% als Stop ist gerade bei volatilen Märkten immer ein bisschen eng. Deswegen haben wir hier einen Stop von, ich meine es waren 5%, angesetzt genau 5%. Schauen wir uns das Ganze auch nochmal im Chart an. Dann können wir sehen, dass wir über dem Hoch des 2. Juli letztendlich in den Trade reingekommen sind. Es hat, wenn ich richtig informiert bin, eigentlich der 1. Juli nicht gereicht, um reinzukommen und über dem Hoch des 2. Julis sind wir dann letztendlich in den Trade gekommen. Allerdings könnte man sagen, dass das jetzt endlich hier so eine Art Fehlausbruch ist, der sich sofort im Prinzip gegen uns entschieden hat und dann auch am 18. Juli zu einem Stop-Loss von 4,94% geführt hat. Hätten wir den Stop nicht angepasst, dann wäre unsere Performance oder unser Verlust hier nochmal 1% geringer gewesen. Letztendlich weiß man es hinterher immer besser, aber zufrieden bin ich darüber nicht, dass wir hier diesen Stop letztendlich nicht eingehalten haben. Dann der nächste Long ist eBay, eine Aktie aus dem NASDAQ und die Auswertung dazu haben wir hier. eBay gibt es ebenfalls schon sehr lange, deswegen stehen auch hier 10 Jahre und Historie zur Verfügung. Performance 9,676, eine sehr hohe Performance für den Anlagezeitraum. Und hier ist der Drawdown, liegt letztendlich auch bei 10%. Standardabweichung ist schon ein bisschen hoch. Auch ist die Frage, ob man diesen Wert tatsächlich hätte mit aufnehmen müssen, wie ich das aber schon häufiger mal gesagt habe. Wir mischen in unserem marktneutralen Setup auch immer Aktien mit ein, die ein bisschen volatiler sind, weil wo das Risiko etwas höher ist, ist es natürlich die Chance auch höher. Und wenn man das letztendlich in den Einklang bringt, dann hat man doch auch ein ausgewogenes Setup an Aktien. Hier könnte man natürlich jetzt auch herangehen und sagen, gut, könnte man hier nicht einen anderen Stop nehmen. Ja, aber letztendlich ist der größte Drawdown hier aufgetreten, wo wir doch im Gewinn liegen. Insofern haben wir uns dazu entschieden, hier auch gerade bei der höheren Standardabweichung, welcher ein Indiz dafür ist, dass es mal so, mal so läuft, für einen 10%igen Drawdown, also einen 10%igen Stop entschieden. Und wenn wir uns dann anschauen, wie eBay letztendlich gelaufen ist, dann sind wir zum 2. Juni letztendlich über dem Hoch des Vortages in den Trade reingekommen. Gut, die 10% Stop wären hier unten, also sind wir im Prinzip eine ganze Zeit lang seitwärts gelaufen, haben dann hier eine sehr volatile Kerze gesehen, da gab es Quartalszahlen. Und danach entwickelt sich die Aktie eigentlich sehr gut. Ausanlage, also Schluss des Anlagezeitraums war der 26.07. Das heißt, am 25.07. setzen wir unter das Tief der letzten Kerze bei Long Trades unseren Stop Loss. Also der Stop Loss ist dann letztendlich von 10% hier in den Gewinnbereich gewechselt. Und was wir dann machen, solange der Stop nicht ausgelöst wird, ziehen wir den immer nach. Also sagen wir mal, am nächsten Tag steigt der Kurs weiter hoch und dann würden wir den Stop letztendlich unter diese Kerze ziehen. Und da das den Tag drauf weiter nach oben gelaufen ist, haben wir den Stop wieder nachgezogen und sind dann am Folgetag aber ausgestopft worden, sodass wir letztendlich bei Ebay 2,64% Gewinn gemacht haben und somit einen schönen Long Trade verbuchen konnten. An dieser Stelle, da wir insgesamt neun Aktien haben, würde ich dich bitten, Mario, falls Fragen sind, diese doch einmal vorzulesen. Ja, das ging nochmal. Sie haben sich tatsächlich fast alle, was du vorhin schon auch gesagt hast, per Mail angemeldet, außer Uwe Krieger. Der hat keine Mail bekommen und hat sich somit über den Blog angemeldet. Ansonsten ist eine Frage von Jochen noch da zu UAA, aber den Titel hattest du ja nicht hier drin, aber vielleicht können wir den am Ende nochmal kurz besprechen, weil es da auch aufgrund von Zahlen zu einem Gap gekommen ist. Deswegen würde ich sagen, stellen wir die Frage kurz zurück. Ja, ich habe Jochen schon geschrieben, dass wir einen ähnlichen Fall im Juli haben, den ich ja auch besprechen werde. Insofern können wir dann an der Stelle gerne darauf eingehen. Gut, alles klar. Dann können wir erstmal weitermachen. Okay, gut, dann gehen wir direkt weiter. Nächster Long Trade wäre Paypal, 9.7. bis 18.7. Ich wechsle hier auch dazu nochmal in die Auswertung. Bei Paypal ist es so, dass die Historie nicht so weit zurückreicht. Allerdings liegen hier auch vier Jahre an Historie vor. 7,87% ist letztendlich die korrigierte durchschnittliche Performance mit Berücksichtigung des Take Profits. Allerdings sind 6,71% im Vergleich zum maximalen Drawdown von minus 3,19%. Immer noch ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Gerade auch bei dem Anlagezeitraum von gerade mal über einer Woche mutet die durchschnittliche Performance natürlich relativ hoch und somit auch positiv an. Ein Blick auf die Historie bringt auch eigentlich keine Zweifel. Die Standardabweichung ist mit 3,19% relativ gering. Also hier haben wir es nicht mit einer großen Streuung zu tun, sodass wir uns letztendlich für Paypal entschieden haben. Ähnliches Bild. Wir haben versucht, wir sind über dem Hoch vom 8. Juli letztendlich in die Aktie reingekommen oder in den Trade reingekommen. Und Paypal hat sich letztendlich auch ähnlich entwickelt, wie es zu erwarten war. Der Kurs ist weiter nach oben gegangen, stagnierte dann und ist tatsächlich hier am Schluss des Anlagezeitraums auch ausgestoppt worden. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Am Vortag haben wir wiederum den Stop nachgezogen. Am letzten Tag des Anlagezeitraums ging die Aktie kurzfristig unter diesen Kurswert, also unter unseren Stop. Damit wurde der Trade ausgelöst und letztendlich sind es 1,14% geworden. Aber wir nehmen jeden Gewinn gerne mit. Zur nächsten Aktie, genau, kommen wir bei Netflix an. Wie man hier schon sehen kann, der größte Verlierer. Und ich werde hier bei Netflix gleich auch nochmal darauf eingehen, was man hätte machen können, um das zu vermeiden. Und aus der Erfahrung weiß, ich habe mit einigen gesprochen, die auch die Auswertung des Aktienbutlers handeln. Sie haben es anders gemacht als ich. Und das ist vielleicht auch genau der richtige Weg, um eben solche Verluste letztendlich zu verhindern. Eins muss ich allerdings dazu sagen, wenn man das Risiko nicht eingeht, hat man natürlich auch nicht die Chance auf letztendlich sehr gute Ergebnisse. Dazu schauen wir uns erst mal Netflix in der Auswertung an. Historie ist komplett, Performance über 10% für einen Anlagezeitraum vom 1. bis 18.07. ist ein super Wert. Der Drawdown liegt natürlich entsprechend hoch, weil es auch mal gerade bei Netflix, wo es stark nach oben geht, auch mal eine Korrektur letztendlich Einzug hält. Insofern 10,75%, Trefferquote 80% und Standardabweichung liegt natürlich bei so einem volatilen Wert, der größere Schwankungen hat, auch deutlich höher. Aber wie gesagt, Netflix taucht nicht zum ersten Mal in unseren Auswertungen auf. Und das wird letztendlich auch an vielen Stellen oder zu vielen Zeiten des Jahres immer wieder positiv belegt. Deswegen hilft uns hier letztendlich auch noch mal ein Blick auf die Performance der letzten Jahre. Wenn man die Verlusträte hier einmal anschaut mit minus 2% jeweils, dann ist das im Vergleich zu den Gewinnträte einfach relativ gering. Es kommt aber tatsächlich dann auch ab und zu zu solchen Drawdowns von 10%. Also die Standardabweichung ist deswegen so hoch, weil die Gewinne relativ hoch sind und bei der Standardabweichung ja lediglich die Streuung und den Mittelwert berechnet wird und somit die Spanne einfach berücksichtigt wird. Wir haben uns trotzdem für Netflix entschieden, weil es natürlich auf der Chancenseite lukrativ aussieht und wir das Risiko durchaus verkraften wollten. So, ich habe es schon vorweggenommen, so gut ist es nicht gelaufen. Bei Netflix war es letztendlich ähnlich. Wir sind hier am 1. Juli in die Aktie eingestiegen, zu 373 ungefähr. Die Aktie ist dann erstmal relativ gut gelaufen, ungefähr bis zur Mitte des Anlagezeitraums, hat dann gedreht. Und wie man schon hier sehen kann, am 17. Juli gab es die Quartalszahlen nachbörslich und man hätte an dieser Stelle, also jedes Mal wenn man weiß, dass Quartalszahlen anstehen, kann man natürlich den Trade beenden am Tag. Wir haben das häufig gemacht mit Market on Close Orders oder einfach mit Ranziehen des Stopps. Hier bei Netflix haben wir uns nicht dafür entschieden, den Trade zu schließen, weil wir davon ausgegangen waren, dass zum einen Netflix überzeugen würde und zum anderen die Quartalszahlen, also die Erwartungen so stark gesenkt wurden, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass Netflix auch diese doch sehr niedrigen Erwartungen letztendlich noch verfehlt. Ja, wie man sieht, verfehle ich auch ab und zu einiges und deswegen kann man hier aussehen, dass wir unseren Stopp hier ungefähr bei 11,5% gesetzt hatten. Die Aktie rauschte dann nachbörslich wirklich in den Keller, war teilweise schon bei 320 Dollar angekommen, hatte sich dann zur Markteröffnung wieder hier in Richtung Stopp bewegt und tatsächlich der Kurs, zu dem unsere Aktie dann verkauft wurde, waren 323,84. Das Minus ist natürlich heftig mit minus 13,15%. Es lässt sich nicht ändern. Natürlich ist man im Nachhinein da immer schlauer und hätte vorher rausgehen sollen. Insofern gratuliere ich allen, die das gemacht haben. Wir haben es nicht gemacht und müssen letztendlich einen heftigen Verlust hier verkraften. Und jetzt nochmal Jochen, um darauf einzugehen, was kann man machen. Man kann, es gibt letztendlich keine Alternative zum Stopp, die uns besser rausbringen würde aus diesem Trade. Man kann vor den Quartalszahlen natürlich rausgehen, so wie ich gesagt habe, entweder den Stopp anheben oder mit einer Market on Close Order. Das heißt, bis der Markt schließt, wird dann die Position automatisch glattgestellt. Ich möchte das eigentlich nicht empfehlen. Es gäbe noch die Möglichkeit, außerbörslich zu handeln. Aber auch da hätte ich, der sich das bei Netflix auch nochmal nachbörslich in dem Kursverlauf angeschaut hat, Ich hätte ad hoc keine Möglichkeit gefunden, den Stopp irgendwo sinnvoll zu setzen. Es sei denn, dass ich einen Risikostopp direkt außerbörslich nah herangezogen hätte, dann wäre die Position gleich geschlossen worden. Aber außerbörslicher Handel ist nochmal schwieriger als innerhalb der Handelszeiten, weil eben das Volumen deutlich geringer ist. Und wenn man da nicht genau weiß, dass man mit seiner Order letztendlich nicht über den Tisch gezogen wird, sollte man das besser lassen. Also aus meiner Sicht kommen zwei Dinge in Frage. Zum einen Quartalszahlen im Auge behalten. Und wenn man sich nicht sicher ist, ob man das Risiko der Quartalszahlen eingehen möchte, dann vor den Quartalszahlen die Position schließen. Ein Stopp gehört für den Aktien-Butler-Trade auf jeden Fall immer in den Markt. Und der hat uns auch davor bewahrt, dass wir hier letztendlich, na gut, es war eh der letzte Tag, aber wie man sieht, Netflix hat sich seitdem nicht wirklich erholt. Insofern hier ein Verlust-Trade. Und ich möchte Jochen noch einmal fragen, oder einfach zu dieser Sache ist seine Frage damit beantwortet. Vielleicht kannst du es kurz in den Chat schreiben. Jochen hatte vorhin noch gefragt, ob man im Aktien-Butler die Quartalszahlen sehen kann, also wann die Quartalszahlen kommen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Frage. Ist da was geplant in dieser Richtung? Das gibt es ja schon. Aber erst für die Augustauswertung. Insofern, ich zeige das hier kurz, weil es gerade angesprochen wird. Für die Auswertung. Ich muss gerade mal schauen. Na. Ja, scheint es ja wie mir zu gehen. Ich habe vorhin auch versucht, reinzukommen, bin auch nicht reingekommen. Und da habe ich gedacht, okay, ich habe vielleicht den falschen Zugang gewählt. Du bist nicht reingekommen. Nein. Also so weit wie du bist, bin ich auch gekommen und dann aber nicht weiter. Jetzt habe ich vorhin versucht, zu schauen. Ja. UAA. Interessant. Ja, gut. Kann ich jetzt im Moment nicht darauf eingehen. Ich werde das einfach mal an der Seite weiterlaufen lassen und gehe da gleich nochmal drauf ein. Weil eigentlich hatte ich auch vor, genau das hier nämlich einmal zu zeigen. Also die Quartalszahlen sind zukünftig einsichtig bei den Aktien, ne? Genau. Die Quartalszahlen sind zukünftig einsehbar. Die werden in den Detailinformationen zu den einzelnen Aktien angezeigt. Damit hat man zumindest einen Anhaltspunkt, dass es Quartalszahlen in dem Anlagezeitraum gibt und die kann da entsprechend darauf reagieren. Die Quartalszahlen werden letztendlich auch in die Zukunft angezeigt. Das heißt, da ist nicht nur der nächste Termin aufgeführt, sondern auch die übernächsten Quartalszahlen-Termine. Allerdings ist es so gemacht, dass die Quartalszahlen-Termine, die innerhalb des Anlagezeitraums fallen, nochmal rot markiert sind. Und das hilft, denke ich, jedem, auch die Quartalszahlen im Blick zu haben. Ich möchte da allerdings dazu sagen, eine Sache noch, Mario, dann lass du. Wir haben in unserer Datenbasis ungefähr 800 bis 900 Aktien. Quartalszahlen, wenn da mal keine Quartalszahlen zu einem Titel existieren, dann haben wir entweder noch keine Informationen gefunden oder die stehen so nicht zur Verfügung. Insofern seht uns bitte nach, wenn da nicht zu jeder Aktie Quartalszahlen vorhanden sind. Ja, das ist auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Also prüft immer die Quartalszahlen auch noch vielleicht über eine zweite Seite wie Finviz, weil natürlich können natürlich auch hier Fehler entstehen. Also über Finviz könnt ihr ja auch immer schauen, ob es entsprechende Daten gibt zu den Unternehmen und auch nochmal zu der Frage, wie kann man umgehen mit Gaps, weil das kennen wir ja aus dem Trading auch, Gaps. Und es gibt wirklich nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist tatsächlich die, die du gerade genannt hast. Also man geht einfach konsequent am Tag vor den Quartalszahlen raus und geht am nächsten Tag, wenn man möchte, wieder rein oder beendet den Trade einfach an dieser Stelle, so wie wir das im Trading eben auch sehr häufig haben. Mitarbeiter von mir bleibt beispielsweise immer drin, weil es gibt eine Statistik, die zeigt, langfristig ist es immer besser, wenn die Quartalszahlen kommen, drin zu bleiben. Langfristig gesehen. Wenn man alle Trades nimmt, die im S&P 500 oder im Nasdaq vorkommen. Dadurch, dass wir aber natürlich immer ausgewählte Trades haben, kann sich das natürlich in beide Richtungen natürlich irgendwie häufen. Also rein statistisch gesehen, wenn man alle Titel nimmt, wenn Gaps entstehen, würde es bedeuten, wenn man rausgeht vor den Quartalszahlen und am Tag danach wieder rein, würde man weniger Performance machen, als wenn man immer drin bleibt. Aber, und das ist das, was wir ja auch gesehen haben, sowohl bei den Trades von Christian, als auch das, was Jochen gerade schreibt, es kann auch mal zu großen Gaps kommen. Und das ist in den USA eben nicht ungewöhnlich. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass man das Risk Management ganz oben auf dem Plan stehen hat. Das heißt, wir haben ja auch zehn Trades, die der Christian hier immer hat. Das heißt, die Positionsgröße, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, man hat ein 100.000-Euro-Konto, davon werden 50.000 beispielsweise über den Aktienbutler verwaltet. Dann ist jede Position etwa 5.000 Euro groß. Wenn es dann mal zu einem Abschlag von 20 Prozent kommt, ist das zwar ärgerlich, bedeutet aber auf das Gesamtportfolio für den Aktienbutler eben zwei Prozent und auf die gesamten 100.000 halt ein Prozent. Es ist trotzdem ärgerlich und ich selber gehe auch zu Quartalszahlen raus, aber ich weiß zum Beispiel, dass ein Mitarbeiter von mir, der den Screening-Dienst sehr eng betreut, der bleibt zum Beispiel immer drinnen. Das ist auch der Mitarbeiter, der immer kurze Updates macht. Also es ist halt wirklich sehr unterschiedlich. Der eine Trader macht es so, der andere Trader macht es so. Und am Ende, ich fühle mich wirklich immer sicherer damit, wenn ich vor den Quartalszahlen rausgehe. Man kann es ein bisschen auch abhängig machen von der Marktphase. Also wenn wir eine Marktphase haben, wo die Unternehmen eher mit positiven Quartalszahlen glänzen und der Markt läuft nach oben, dass man dann drinnen bleibt. Und wenn es nicht der Fall ist, man ist in einer unruhigen Marktphase dann nicht. Aber ich bin immer eher für so eine strikte Geschichte. Also entweder man geht konsequent raus, auch wenn man weiß, dass die Performance dadurch etwas schlechter wird, oder umgekehrt, man sagt, ich bleibe immer drinnen, weil ich weiß, langfristig auf Sicht von fünf oder zehn Jahren ist das erfolgreicher. Man muss dann damit leben, dass das da einfach auch mal zu größeren Gaps kommt. Ja, ich habe mittlerweile im deutschen Markt eine Aktie gefunden, in der man mal sehen kann, wie die Quartalszahlen dargestellt werden. Also wenn ihr eine Aktie auswählt, so wie hier Evotec, seht ihr alle Informationen, wie die, die ich gerade gezeigt habe. Natürlich hier Name, Symbol, Isin. Und darunter findet ihr die Auflistung der Quartalszahlen. Ja, also hier werden jetzt am 14.08. Quartalszahlen für Q2 2019 bekannt gegeben und am 12.11.2019 für Q3. Und ihr erkennt hier schon an der unterschiedlichen Markierung, dass die Quartalszahlen für Q2 im Anlagezeitraum liegen. Und ab jetzt werden wir jeden Monat sowohl für die einmonatigen als auch für die zweimonatigen Auswertungen die Quartalszahlen immer wieder aktualisieren. Dann mache ich derweil mit Adidas weiter. Adidas, unser letzter Long Trade. Mal schauen, dass ich hier die richtige, ja, das ist die richtige Auswertung. Genau, Adidas ist auch schon ewig am Markt. Insofern haben wir hier eine volle Historie. Wir haben eine Performance von 6,12 Prozent unter Berücksichtigung eines Drawdowns von minus 4 Prozent. Der ist letztendlich angepasst. Schauen wir uns gleich noch in der Historie an. Der optimale Anlagezeitraum 9.07. bis 30.07. Die Standardabweichung liegt auch in einem Bereich, der sehr positiv ist. Ein Blick auf die Historie zeigt, dass wir hier mal einen Ausreißer hatten mit maximalen Drawdown von 10 Prozent. Und dieser Wert lässt sich letztendlich noch mal nach unten korrigieren, so wie der Aktienbuttler ausgerechnet hat, auf einen Stop von 4 Prozent. Weil dieser letztendlich hier nicht gerissen wurde. Das ist allerdings eine mathematische Feinheit, würde ich sagen. Insofern, 4 Prozent ist vielleicht dann doch etwas zu knapp. Ich muss gleich mal schauen, was wir tatsächlich genommen haben. Aber wir liegen hier in dem Jahr 2011 mit 4 Prozent besser und liegen in 2014 mit 4 Prozent nicht deutlich schlechter als das Ergebnis. Insofern würde ich sagen, die 4 Prozent sind nah an dem, was man als Stop-Loss setzen kann. Schauen wir es uns gleich im Chart an bei Adidas. Bei Adidas war es so, dass wir sind über dem Hoch am 8. letztendlich eingestiegen. Und mir fehlt hier gerade der Stop. Den muss ich gleich noch mal nachschauen. Wir haben uns sozusagen hier einstoppen lassen mit einer Stop-Limit-Order. Adidas ist relativ lange erst mal seitwärts gelaufen. Allerdings ist das durchaus ein typisches Verhaltensmuster bei einer Adidas-Aktie. Wenn wir uns den Verlauf hier auf längere Zeit ansehen, dann geht es hier bei Zahlen mal nach oben. Ansonsten aber stetig bergauf, sodass wir letztendlich am Vortag zum 30.07. unseren Stop unter das Tief der letzten Tageskerze gesetzt haben. Und dann auch am letzten Tag des Anlagezeitraums dort ausgestoppt wurden mit, ich glaube es waren 1,5 oder 1,6 Prozent. Also letztendlich ein Gewinn-Trade, allerdings eher kleinerer Natur. Okay. Gab es zwischendurch Fragen, auf die wir eingehen können? Ja, es sind Fragen gekommen. Jetzt nicht zu den Einzeltiteln, aber zum einen kommt die Frage, die ist gleich doppelt gekommen. Einmal von Jochen, ob wir Titel bekannt geben dürfen, in denen wir investiert sind. Und ähnlich ist auch die Frage von Rita, ob es möglich ist, wenn wir Positionen eingegangen sind, die Zeitnahme bekannt zu geben. Das wäre ja hilfreich vielleicht für den einen oder anderen. Dazu kann ich vielleicht was sagen. Wir haben den Aktienbuttler ja bereits im letzten Jahr im Herbst das erste Mal gestartet. Und da war es so, dass wir sogar im Vorfeld, bevor wir den Trade eingegangen sind, per SMS die Kunden darüber informiert haben, in welche Aktien wir einsteigen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel hier ein Signal hatten am 3.07. wie in Saturius, dann haben wir am 3.07. zehn Minuten vor Börsenbeginn alle Kunden des Aktienbuttlers per SMS informiert. Wir steigen gleich ein mit der Handelseröffnung und wir haben auch bekannt gegeben, wo der Stop sitzt und wo wir aussteigen. Weil genau das ist das, was ja auch die Kunden uns immer gespiegelt haben, was sie gerne möchten. So, soweit, so gut. Wir haben also gestartet und es hat nicht eine Woche gedauert. Dann haben wir mit der Börsenaufsicht telefoniert und die hat das Ganze untersagt. Das hat was mit dem Thema Front Warning zu tun. Das heißt, wenn man selber Positionen handelt, dann darf man diese Positionen nicht bekannt geben. Ich weiß, das machen draußen welche. Das ist aber leider nicht gestattet. Und das Problem ist, dass wenn man das macht und es kommt da zu irgendwelchen Verwerfungen mit der BaFin, dann haftet halt derjenige, so wie jetzt in dem Fall auch der Christian, der zum Beispiel das jetzt machen würde, diese Sachen bekannt geben. Das heißt, die haben uns freundlich darauf hingewiesen, dass wir das nicht machen dürfen. Daraufhin haben wir das Produkt dann wieder eingestellt, haben dann das so aufgebaut, wie es jetzt ist, dass wir die Listen zur Verfügung stellen und nach Abschluss dann hier offen kommunizieren, Gewinn-Trades, Verlust-Trades, so wie wir auch hier zum Beispiel Verlust-Trades haben, die doch recht heftig sind, auch mit 13%. Aber das ist das, was die sagen, es ist okay. Also das, was der Kunde möchte und das, was am Ende des Tages erlaubt sind, sind leider Gottes zwei unterschiedliche Dinge. Und wir haben auch immer schon überlegt, auch im Bereich des Investments beispielsweise Musterportfolios zu zeigen, die wir mit echtem Geld handeln. Das geht hier auch nur bedingt, weil das eben rechtlich ein sehr, sehr enger Bereich ist. Also alles, was nicht mit Echtgeld hinterlegt ist, ist wesentlich einfacher, aber alles, was wir selber handeln, und das ist nun mal hier der Fall auch, weil sonst würde das Ganze gar keinen Sinn ergeben für uns, ist leider aus rechtlichen Gründen nicht möglich. So, da gucke ich nochmal, kommt noch eine weitere Frage von Uwe. Wie wählt ihr Aktien mit den Daten des Aktienbuttlers aus, oder schaut ihr euch vorher dann auch noch den Chart an, beziehungsweise andere Infos? Ja, da kann ich drauf eingehen. Danke für die Frage. Also, ich habe bei der Besprechung der Trades gerade hier im Chart immer gesagt, wir steigen über dem Hoch bei den Long Trades der Vortageskerze ein. Ich möchte hier noch ein Kriterium hinzufügen. Und zwar, Adidas haben wir uns angeschaut, das heißt, ja, wir sind hier über dem Hoch der Kerze eingestiegen. Allerdings ist unser Setup dafür, und so steht es auch in der Doku für den Aktienbuttler, dass sich der Kurs oberhalb des EMA20 befinden muss. Das ist ganz wichtig, und deswegen ist es super, Uwe, dass du diese Frage stellst, weil ich nicht drauf eingegangen bin. Ich werde das jetzt aber für alle, die wir uns angeschaut haben, noch mal nachholen. Bei Sartorius war der Einstieg, also diese rote Linie ist der EMA20. Ich kann es ja auch noch ein bisschen größer machen. Die grüne ist der 50er und die blaue ist EMA200. Am liebsten ist uns natürlich bei Long grün über blau, also 50 über 200 und 20 über grün, also über 50. Und der Kurs bitte überhalb des EMA20. Dann möchten wir auch einen Einstieg machen. Das war bei Adidas so, bei Sartorius so. Bei Paypal ist es zum Zeitpunkt so gewesen, bei Bechtle war es auch so, bei Netflix war es zumindest, beim Einstieg auch noch so. Und welche habe ich jetzt vergessen? Ebay. Und bei Ebay war es auch so. Insofern, ja, wir schauen uns auch den Chart an. Und ich hatte ja auch gesagt, wir versuchen marktneutral reinzugehen. Also ich suche ungefähr 10 bis 12 Long-Aktien, 10 bis 12 Short-Aktien aus den verschiedenen Märkten. Und gucke da schon mal, ob das charttechnisch überhaupt in Frage kommt. Natürlich kann sich innerhalb von ein paar Tagen, gerade bei volatilen Märkten, da vieles verändern. Und es kommt auch häufig vor, dass sich einfach gewisse Aktien nicht mehr handeln. Weil das Setup nicht mehr passt. Und wir möchten im Aktienbuttler-Depot natürlich schon auch die Performance machen, die wir brauchen. Aber auch ganz klar unser Handelssetup, unser Handelsplan einhalten. Und dafür ist für uns dieses Kriterium mit dem EMA20, bei Long-Trades sollte der Kurs da drüber liegen, bei Short-Trades sollte er da drunter liegen, sehr wichtig. Gab es noch weitere Fragen, Mario? Okay. Mario, schau. Es war noch eine Frage. Doch, ich bin da. Ich habe nur den roten Knopf nicht so schnell mit meiner Maus erreichen können. Und zwar hatte Jochen vorher noch gefragt, bezieht sich jetzt allerdings auf die Liste von August, ob du die Liste für August nochmal angepasst hast. Die war doch schon mal länger, oder? Fragezeichen? Nicht, nein. Also ich habe alle Auswertungen für August nochmal erweitert, um die Informationen zu den Quartalszahlen. Aber ich habe keine Aktien aus den Auswertungen rausgenommen. Okay, dann haben wir alle Fragen beantwortet und dann kannst du noch jetzt die letzten Werte vorstellen. Okay, dann stelle ich jetzt noch die letzten Short-Werte vor. Erster Kandidat auf der Short-Seite Navient, also Navi, eine Aktie aus dem S&P. Dazu muss ich hier einmal wechseln auf die Short-Liste. Navient liegen fünf Jahre an Historie vor. Durchschnittliche Performance minus 6%, also 6% Durchschnittsperformance beim Drawdown von angepassten 4%. Wir haben den Stop, meine ich, auch bei 4% belassen. Anlagezeitraum 12.07. bis 31.07. Und die Standardabweichung liegt mit 7,65 für uns jetzt auch in einem ordentlichen Bereich. Schauen wir uns hier zu dem Chart an. Da möchte ich jetzt als erstes darauf eingehen, dass wir in der Short-Richtung natürlich hier unter dem Tief der Vortageskerze letztendlich in die Aktie einsteigen möchten. Und schauen auch hier, dass der Kurs sich zum Zeitpunkt, wo wir in den Trade reinkommen, unter dem EMA20 befindet. Und somit für uns das Setup auch in Ordnung ist. Lieber wäre mir natürlich gewesen, die blaue Linie wäre hier weiter oben und die grüne wäre auch weiter oben. Allerdings war es für August schon sehr schwierig, überhaupt Short-Trades zu finden, die unser Setup letztendlich auch aufweisen. Und wie man hier sehen kann, das Ganze ist auch nicht besonders gut gelaufen. Also wir werden gerade hier eingestoppt. Der Kurs hätte ja eigentlich weiter nach unten gehen sollen, läuft aber komplett gegen uns, sodass wir im Prinzip fünf oder sechs Tage später da schon mit 4% ausgestoppt werden und letztendlich das Ganze als Verlust verbuchen müssen. Nächste Aktie ebenfalls aus dem S&P ist RRC, Range Resources. Gehen wir hier auch nochmal auf die Auswertung. Die Aktie geht schon sehr lange, deswegen ist die Story hier auch vollständig. Die Performance, naja, mit 3,4% nicht sehr hoch und der maximale Drawdown ist letztendlich für unser Chance-Risiko-Verhältnis auch viel zu hoch, sodass wir Range Resources genommen haben. Zum einen, weil der Anlagezeitraum 1.7. bis 12.7. für uns sehr positiv ist, weil gerade am 1. Juli oder gerade zu Anfang des Monats sind halt doch sehr viele Long-Engagements, die wir eingegangen sind. Insofern haben wir Range Resources als Gegenpol zu den ganzen Long-Trades letztendlich mit aufgenommen. Ich schaue noch einmal in die Übersicht, was wir für einen Stop hatten. 6% und die 6% haben wir letztendlich aus der Historie abgeleitet. Wir haben einmal 8,4, dann haben wir mal 5, hier haben wir ebenfalls 5%, sodass wir mit 6% natürlich hier in diesem Jahr nochmal an Performance einbüßen, aber unser Chance-Risiko-Verhältnis letztendlich dadurch etwas besser wird. Das war letztendlich der Grund, weshalb wir RRC mit aufgenommen haben. Auch die letzten 5 Jahre sprechen im Prinzip dafür, dass die Performance bestätigt werden kann und das hat uns bewogen, diesen Trade dann letztendlich einzugehen. Wenn wir uns das bei RRC im Chart anschauen, dann ist es so, dass wir unter dem Tief am Vortag im letzten Tag des Junis, also unter dem 28. Juni, unseren Einstieg gesetzt haben und die Aktie dann letztendlich auch unser Order ausgeführt wurde, wir in diesen Trade reingekommen sind und eine relativ starke Bewegung nach unten schon mal hatten. Danach, wie man das ja auch häufig sieht, gibt es so eine leichte Korrektur, die allerdings fast keine Kursveränderung mit sich bringt, sodass wir am Vortag, also zum 12. Juli, unseren Stop dann von hier oben von 6% schon mal auf 4,73% rangezogen haben. Und so wie ich das vorhin bei eBay gezeigt habe, hat das hier bei Range Resources extrem gut funktioniert. Also wir konnten am nächsten Tag auf dieses Niveau nachziehen, dann auf dieses, dann auf knappe 6 Dollar, bis wir letztendlich hier unten angekommen sind. Und genau an dieser Stelle, 18. Juli, meine ich, gab es auch wieder eine Wende, ein Wendepunkt innerhalb des S&P, wo man sehen kann, dass aus den Tiefs letztendlich eine Unkehrkerze wird, sodass Range Resources dann am nächsten Tag irgendwo hier bei 5,59 Euro eröffnet hat. Also wieder ein Gap letztendlich gegen uns, obwohl der Stop hier schon nachgezogen wurde, bei insgesamt einer Performance dann von 18, irgendwas Prozent, ja, kann man das viel besser verkraften, als wenn man so wie bei Netflix da letztendlich 13% hinten liegt. Insofern ein super Trade und man muss auch ganz ehrlich sagen, ohne diesen Trade wäre der Monat wahrscheinlich komplett negativ gelaufen. Aber hier zeigt sich letztendlich auch, dass wir an unserem Handelsplan letztendlich festhalten. Und wenn wir keine einschneidenden Nachrichten haben oder Ereignisse, auf die wir gucken, wie Quartalszahlen oder Fettsitzungen oder G20-Gipfel oder was weiß ich, was es da noch alles an Terminen gibt, dann versuchen wir immer, diesen Handelsplan letztendlich durchzuziehen und das immer wieder wiederholbar machen, sodass, ja, wer möchte, das gerne auch so übernehmen kann. Dann komme ich zum letzten Trade, Nordex gegen Ende des Monats. Da konnte man schon erkennen, dass die Indizes jetzt auch noch ein bisschen nachgeben. Deswegen bin ich bei Nordex noch mal eingestiegen. Hier schauen wir uns auch zunächst die Auswertung an. Bei Nordex ist es so, dass wir eine Performance haben von 3% in gerade mal 4 Tagen. Das würde ich schon mal als sehr gut ansehen. Wir haben einen maximalen Drawdown von 8%. ist im Chance-Risiko-Verhältnis nicht besonders gut, aber die Standardabweichung, also die Ergebnisse, die hier erzielt werden, ist relativ gering, sodass wir hier, und ich glaube, ich habe tatsächlich 8,5% als Stop genommen. Genau. und schauen wir uns da einmal an, wie, oder ich möchte hier gerade noch darauf eingehen, dass eigentlich hier die letzten Jahre diejenigen sind, die die Performance gebracht haben, wohingegen die ersten Jahre nach der Finanzkrise die Aktie gar nicht schlecht gelaufen ist, also gerade in dieser Zeit, gegen Ende des Monats. Im Chart stellt sich das dann wie folgt dar. Ja, wir befinden uns hier eigentlich nach einer relativ langen Abwärtsphase. Jeder, der so aus Chart- oder Markttechnik kommt, wird die Finger davon lassen, hier letztendlich einzusteigen, weil man soll nicht in fallende Messer greifen. Aber auch hier ist letztendlich der Einstieg für uns unter dem Tief der Vortageskerze sozusagen erfolgt. Und auch von da hin kennt diese Aktie nur einen Weg, nämlich nach unten. Wir hätten jetzt hier an dieser Stelle den Stop auch noch mal nachziehen können. Also wir wären letztendlich hier am Vortag gewesen, hier am Ende Juli, hätten den Stop hier noch mal nachziehen können, bis hier unten hin und wären dann tatsächlich auch hier ausgestopft worden. Allerdings haben wir den Trade jetzt hier geschlossen, weil die Auswertung oder die Trades, die wir besprechen, die gehen jetzt bis Juli und insofern bringt das jetzt nichts, wenn ich diesen Trade letztendlich hätte weiterlaufen lassen. Das macht für die Performance des Aktienbutlers auf Monatsbasis keinen Sinn. Insofern, ja, auch noch mal gegen Ende des Monats ein sehr schöner Trade, der uns auch noch mal über 8% Gewinn eingebracht hat und dazu führt, dass wir letztendlich eine Gesamtperformance von 2,8% erreicht haben. Und wenn ihr tatsächlich diese Short Trades einfach mal unberücksichtigt lasst, dann wäre das Ergebnis auch ein deutlicher Minus gewesen. Insofern ist gerade bei einem Monat der, und ich kann vielleicht hier auch noch mal auf den S&P eingehen, also wenn wir uns jetzt nur mal diese Strecke anschauen von dieser blauen vertikalen Linie zu dieser hier, dann sieht man, es geht hoch und runter und das in einem, ja, in einem Bereich von 3% im Index. Teilweise sieht das in Aktien dann deutlich stärker aus, aber hier hat man innerhalb eines Monats halt Long Phasen, dann hat man wieder Short Phasen und gegen Ende, naja, das wisst ihr selbst, wie es jetzt gelaufen ist, dann fällt es auch mal ganz extrem und gerade in solchen Phasen kann man da natürlich super von profitieren. Okay, für das Erste, hinsichtlich der Trade-Besprechung, soll es das gewesen sein. Gut, dann komme ich noch auf zwei Fragen. Der Wolfgang fragt ja noch, ob es zum Beispiel, wir haben ja auch im Hardware Screening Dienstes auch immer mal Titel hier aus dem Aktienbuttler, wenn es denn tatsächlich markttechnisch sich lohnt. Frage, gibt es da Ein- und Ausstiegssignale? Nein, auch hier ist die gleiche Problematik eben, wie ich die auch vorhin schon genannt habe. Immer wenn wir diese Signale reingeben in das System, dann ist es ein Vorgreifen auf das, was die BaFin eben nicht möchte. Die BaFin ist eine übergeordnete Behörde, die darauf achtet, dass alles an den Finanzmärkten sauber zugeht. Das heißt, wir dürfen hier nicht bekannt geben, in welche Trades wir dann an bestimmten Stellen einsteigen. Es ist für den Screening Dienst einfach nötig, dass man weiß, wie man markttechnisch handelt. Das ist der Unterschied zu hier, weil hier ist natürlich auch wichtig, wie wir herangehen. Deswegen zeigt der Christian auch immer, dass er immer nach dem gleichen Muster einsteigt, auch nach dem gleichen Muster aussteigt, damit es möglichst einfach ist, das Ganze zu duplizieren. Natürlich ist es vom Vorteil, wenn man noch eine Trading Strategie hat, mit der man vielleicht besser ein- und ausschlägt. Aber grundsätzlich reicht das halt vollkommen aus, um hier die Performance in ähnlicher Größe zu machen. Nur um das einfach mal nochmal zu sagen. Also es liegt nicht an uns. Wir sind wirklich ja letztes Jahr im Herbst soweit gewesen, dass wir gesagt haben, wir sind bereit, auch den Aktienbuttler die Signale rauszugeben, und zwar im Vorfeld, bevor wir die Position eingehen. Aber wie gesagt, selbst das ist rechtlich nicht durchsetzbar. Und es dient am Ende, wie die BaFin sagt, dem Schutz des Anlegers. Ihr selber seht das vielleicht anders, aber es geht halt immer am Ende um dieses Thema. Und Jochen schreibt noch, zwei Fehler, die er gemacht hat im Handel, die dann dazu geführt haben, dass kein positives Ergebnis rauskommen war. Zum einen die Stops zu eng gesetzt und den Zeitraum nicht eingehalten. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Erkenntnis, die ich aus dem Trading auch kenne, wenn die Stops zu eng sind, gerade wenn die volatile Marktphasen da sind, so wie zum Beispiel in den letzten 6, 7 Handelstagen, dann fliegt man halt aufgrund der Volatilität natürlich sehr, sehr häufig raus aus dem Markt. Das heißt, die Stops sollten schon eine entsprechende Größe haben, auch wenn es mental manchmal nicht einfach ist, Stops von 7, 8 oder sogar 10 Prozent zu setzen. Ihr müsst einfach die Positions, oder ist die Erfahrung aus 20 Jahren, die Positionsgröße einfach kleiner setzen, wenn die Stops größer sind. Und so gehe ich im Handel vor, wenn ich beispielsweise im Use Trading bin und habe halt manchmal Gaps von 20 Prozent, dann sind die Stops natürlich auch entsprechend groß. Und dann muss ich halt im Zweifelsfall die Positionsgröße verringern oder den Trade einfach ohne mich laufen lassen. Ja, ich glaube, dann habe ich alle Fragen hoffentlich gesehen. Ja, scheint alles gewesen zu sein. Wenn ich etwas vergessen habe, dann könnt ihr es gerade noch mal nach unten kopieren, damit ich es noch mal sehe. Aber ich glaube, ich habe alles gesehen. Es kommt noch eine Frage von Wolfgang. Ich habe mal eine Frage, wie viele Aktien, hätte mal eine Frage an alle, wie viele Aktien habt ihr getroffen? Ich hatte Paypal und Netflix. Kann ich jetzt nicht genau, verstehe ich nicht ganz genau die Frage. Hätte mal eine Frage an alle, wie viele Aktien habt ihr getroffen? Vielleicht kann Wolfgang das noch mal schreiben. Noch mal anders schreiben. Jochen schreibt auch, diesen Monat auch neutral oder August lieber short. Gute Frage. Wenn wir wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen zu kriegen, möchtest du es erst sagen, wie du es machst, Christian? Dann sage ich auch gerne, wie wir das machen bei uns im Büro. Ja, also ich würde schon vorweggreifen für die Trade-Besprechung August. Aber ich habe es ja eingangs schon gesagt, die Saisonalität für August, sowohl im deutschen als auch im US-amerikanischen Markt, ist in den meisten Jahren negativ. Das heißt, da würde ich eher auf der Short-Seite suchen. Nichtsdestotrotz muss ich aber ja auch ein Setup finden für Aktien, die sich für einen Short-Trade eignen. Insofern habe ich für August natürlich genauso viel Long wie Short Investments rausgesucht und ja, wenn man auf den Chart schaut, dann ergibt das zumindest im Moment ein Bild, wo man Short sozusagen hätte präferieren können mit den ersten Aktien und dabei möchte ich es jetzt im Moment auch belassen, weil ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen möchte. Gut, also ich kann es auch für uns sagen, aufgrund der saisonalen Statistik bin ich in den Sommermonaten eher immer auf der Short-Seite zu finden. Das heißt nicht, dass wir keine Longs haben, aber da ist die Quote eher 80-20 bei mir. Aber das liegt einfach daran, dass ich natürlich, das wissen ja auch alle, die bei mir auf einem Trading- oder auch Investment-Seminar waren, dass ich mich halt sehr stark an den Saisonalitäten orientiere. Wenn ich nicht genau weiß, was passiert, bin ich eben genau wie Christian eher marktneutral aufgestellt. Das hat auch Anfang des Jahres perfekt geklappt, obwohl die Aktienmärkte nach oben gelaufen sind, bin ich mit meiner marktneutralen Strategie sehr gut gefahren, habe damit auch mindestens immer das an Performance gemacht, was der Index gemacht hat und in einigen Monaten dann sogar mehr und im zweiten Quartal dann eben sehr stark longlastig, weil einfach auch mein Sechs-Phasen-Modell dann irgendwann natürlich auch auf grün gesprungen ist und wir dann eine starke Long-Seite hatten und so gut wie keine Shorts. Also das heißt, bei mir ist es nochmal ein bisschen anders, weil ich einfach auch unter technischen Gesichtspunkten halt schaue, was passiert hier und dann die Statistik der Saisonalitäten halt sehr stark mit Gewichte. Gut, jetzt haben wir auch noch die Nachfrage von Wolfgang und zwar wollte er gerne wissen von den Teilnehmern, die jetzt hier mit dabei sind, von der Liste, die du hier hast, von den Aktien, die du ausgesucht hast, wie viele die anderen Teilnehmer davon gehandelt haben. Also von diesen, ich glaube, zehn Werte waren es, zwei, vier, neun, sechs, neun. Wenn ihr das vielleicht noch kurz kommentiert, wie viele von den neuen Werten hattet ihr ausgesucht, dann können wir das Wolfgang auch noch gleich mitteilen. Ich finde es auch immer spannend, nach welchen Kriterien jeder Einzelne natürlich die Werte auswählt. Wir selber schauen ja auch immer bei uns im Büro immer sehr genau auf die Liste und wägen immer die Für und Widers ab. Wir haben natürlich, so ist es ja auch im Vorfeld gekommen, auch mit Christian gemerkt, dass wir ähnlich ticken, also gerade in marktneutralen Phasen werden wir wirklich fast ähnlich aus, steigen ähnlich ein, ähnlich aus. in solchen Phasen wie Anfang des Jahres, wie gesagt, sehr stark marktneutral, dann zum Sommer hin eher longlastig und jetzt August und September eher wieder auf der anderen Seite. Aber am Ende macht das keinen großen Unterschied. Ich handel wirklich sehr gerne marktneutral, weil dann ist es egal, ob die Märkte steigen oder fallen, man zieht fast immer eine positive Performance. Okay, ich sehe hier immer zwei bis drei Werte haben die meisten aus gehabt, allerdings haben sich jetzt auch nur zweimal gemeldet, also von daher, die meisten haben sich jetzt hier nicht geoutet, deswegen ist die Zahl auch nicht repräsentativ. Es wäre auch ja nicht gut, wenn jeder alle gehabt hätte, ja, es waren ja auch durchaus welche dabei, die man nicht hätte handeln müssen. Ich habe noch eine, Sache, die ich noch vorstellen möchte zum Thema, ob wir, zum Thema Frontrunning eigentlich. Wir haben ja neben den, neben den Informationen, auch die Filterfunktion zur Verfügung gestellt und über diese Filterfunktion könnt ihr halt die, die Auswertung, die ihr gerade vorher habt, nochmal filtern. Wir dürfen, also, ich möchte eigentlich darauf hinaus, dass hier in den Filtern, ja, dass man sagen kann, okay, ich möchte nur sehen Performance von 5% bis 10% oder so, ich möchte ein Chance, Risikoverhältnis beispielsweise von 1 haben und der maximale Drawdown soll bitte nicht über 8 liegen. Ich glaube, das war sogar eine Long-Auswertung. Irgendwo habe ich einen Filter gesetzt, den ich jetzt hier nicht rauskriege. So, ja, ich könnte, also, was wir nicht dürfen, ist ja zu sagen, Aktien, diese Aktien würden wir im August handeln. Ich denke, und Mario, vielleicht kannst du das auch nochmal kommentieren, ich denke, wir könnten aber schon, und das würde ich mir auch anschauen, schon auch sagen, wie wir die Auswertung eventuell filtern, um dann letztendlich zu unserer Liste zu kommen. Ja, ich denke, wenn man jetzt nicht genau den Einstieg, es ging ja in erster Linie darum, dass wir sagen, wann steigen wir wo in die einzelnen Titel ein, aber wenn du jetzt sagst, du kannst das mit dem Filter, dass man so eine grobe Liste hat, nach der du die Kriterien festlegst, dann hat man zumindest vielleicht eine eingeschränktere Liste, ne? Ja, also dann hätte man eine eingeschränktere Liste, ohne, dass wir jetzt genau sagen, es ist diese oder jene Aktie. Aber, weil ich hier schon sehe, okay, wäre interessant, ist eine super Idee, dafür muss ich aber selber noch einige Tests machen, ob wir das wirklich verlässlich rausgeben können und möchte darum bitten, da mir doch noch ein paar Monate Zeit zu geben, bis ich das noch machen kann. Ja, bin ich auf jeden Fall eine gute Idee, da den Test noch mal zu machen. Bist du schon darauf eingegangen, mit der Auswertung, dass man jetzt nicht nur den einen Monat sieht? Ach so, ja, man kann jetzt im deutschen und amerikanischen Markt auch Auswertungen über zwei Monate sich anschauen, die sind immer hier gekennzeichnet, auch mit M2 und wenn wir jetzt mal für Ich glaube, es liegt an meinen Browsern, die ich aufhabe, dass es etwas länger dauert. Dann sieht man hier jetzt natürlich auch bei Volkswagen zum Beispiel, dass der Anlagezeitraum dann 22.08. bis 16.09. und da haben wir natürlich auch saisonale Muster, allerdings sind die jetzt im Wechsel von August zu September, glaube ich, noch nicht so stark, dass gerade die letzten Tage eines Monats, also die letzten fünf und die ersten fünf des Folgemonats für Long Investment durchaus positiv sind und dadurch, dass wir jetzt zwei Monatsauswertungen hinzugefügt haben, verdoppeln wir sozusagen die Möglichkeiten zu investieren und haben auch einen profitablen Bereich, nämlich diesen Monatswechsel letztendlich noch mit drin und ich muss auch dazu sagen, bei Anlagezeiträumen über einen längeren Zeitraum ist natürlich die Gefahr, dass es relativ schnell gegen einläuft, eventuell auch gegeben, aber dadurch, dass wir eine größere Spanne betrachten, wird der Drawdown entsprechend etwas höher liegen, also etwas größer sein, dadurch die Stops etwas größer sein und die Aktie hat letztendlich mehr Zeit, auch auf die Performance zu kommen. Eventuell für Neulinge in diesem Bereich einfacher zu handeln als beispielsweise eine Nordex, wo wir nur vier Tage Anlagezeitraum haben. Mario, magst du da noch was dazu ergänzen? Ja, also ich bin natürlich auch ein Riesenfreund davon, dass man über den Monatswechsel geht, finde das auch total super, dass du diese Auswertung jetzt auch mit zusätzlich zur Verfügung stellst, das war ja im Ursprünglichen gar nicht so angedacht und dass du sagst, okay, du arbeitest weiter an der Plattform und möchtest natürlich auch den Kunden der ersten Stunde hier solche Dinge dann auch zur Verfügung stellen, finde ich natürlich absolut super, weil das natürlich für uns alle, die mit dieser Plattform handeln, natürlich auch einen riesigen Mehrwert bedeutet, sowohl jetzt diese Möglichkeit über den Monatswechsel Titel zu finden, wie auch die Filterfunktion, die du jetzt schon mal erst mal eingebaut hast und dann vielleicht in einem zweiten Schritt dann auch die Daten eventuell zur Verfügung stellst. Ja, also die Daten werde ich zur Verfügung stellen, eventuell werden noch weitere Filter kommen, es gibt auch immer sehr viele gute, sehr konstruktive Vorschläge aus der Community, sage ich mal, die mich erreichen und einige werden das auch schon gesehen haben, dass das tatsächlich umgesetzt wird, wenn sie Vorschläge machen, insofern darum bitte ich und möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass für alle Kunden des Aktienbutlers diese Ergänzung natürlich ohne zusätzliche Kosten möglich gemacht wurden und so möchten wir das eigentlich in den nächsten Monaten, Jahren weiter betreiben, das System immer weiter ausbauen, immer mehr Informationen reinbringen, immer größere Vorteile für euch entwickeln, sodass wir alle am Ende des Jahres immer eine tolle Performance feiern können. Super, ich glaube, dann haben wir es soweit, Uwe sagte noch, wenn alle einen Disclaimer unterschreiben, auf eigenes Risiko zu handeln, ja gut, das ist sowieso ein Disclaimer, dass jeder auf eigenes Risiko handelt, das hat auch nichts mit der BaFin zu tun, sondern es geht einfach darum, dass man einfach bestimmte Dinge machen darf und andere nicht und das, was möglich ist, das machen wir auch, also wir wollen es gerne in diesem Rahmen auch bewegen, die rechtlich vorgegeben sind, auch von der BaFin, welche Daten dürfen wir zur Verfügung stellen und welche nicht und mit diesem Disclaimer, den haben wir, glaube ich, auch an jeder Stelle, die möglich ist, hinterlegt, ich denke, das ist auch üblich, das habt ihr auch bei jedem Broker und auch bei uns im Seminar oder in den anderen Veranstaltungen, da brauchen wir, glaube ich, nichts weiter zu machen, ich denke, du denkst daran, Daten im Vorfeld zur Verfügung zu stellen, das hat mit dem Disclaimer nichts zu tun, weil man das einfach nicht machen darf aufgrund des One-Wonings und ich weiß, es gibt draußen, welche, die das machen, aber ich kann ja sagen, ich habe mit der BaFin sehr lange auch gesprochen und das wird irgendwann für die Leute eben auch Konsequenzen haben, es gibt nur bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen, wo das möglich ist, aber das trifft für die 90 Prozent derer, die das machen, eben nicht zu und das wollen wir halt nicht, weil wir wollen keinen Ärger mit einer Börsenaufsicht haben, weil das kann ganz schnell auch dazu führen, dass man seinen eigenen Handel so nicht weiter fortführen kann, also von daher ist es, glaube ich, auch im Interesse alle, dass wir uns alle an rechtliche Gegebenheiten halten. Ja, dann war es das von meiner Seite, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Christian, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, hier uns die Trades vorzustellen, wie du rangehst, damit auch der Lerneffekt einfach größer ist, ich hoffe, ihr habt wieder viel für euch mitnehmen können, ich verabschiede mich jetzt erstmal in den Sommerurlaub, bin erst wieder ab September wieder zurück, wünsche euch allen eine coole Zeit, vor allen Dingen, achtet auf eure Position, wir haben eine hohe Volatilität, also auch da immer aufpassen und ansonsten für alle, die auch in den Urlaub fahren, natürlich einen schönen Urlaub und viel Erfolg an den Märkten, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss. Ja, auch von meiner Seite, Mario, vielen Dank, dass du als Moderator hier durch dieses Webinar geführt hast, möchte auch nicht vergessen, dir einen schönen Urlaub zu wünschen, mach mal was anderes, es gibt auch noch andere Sachen neben dem Trading, bedanke mich bei allen, die am Webinar teilgenommen haben und wünsche euch einfach super Trades im August, sodass wir im September beim nächsten Webinar zur Trade-Besprechung letztendlich alle auch positive Rückmeldungen geben können zur Monatsperformance. Vielen Dank, wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.